...künden, wo man vor dem Fernseher sitzt und wartet, was Christian Reich, der bekannteste Einwohner dieses Dorfes, zu leisten imstande ist. Christian Reich, gemeinsam mit Steve Anderhub, Thomas Hanschin und Cédric Grand, haben jetzt die grosse Chance, an diesen Olympischen Spielen, an den ersten für dieses Quartett, eine Medaille zu holen. Ist es Bronze, ist es Silber, oder stehen sie am Schluss gar leer da, das wäre schade. Christian Reich auf den ersten 50 Metern, gestartet in 5.00, das ist noch etwas schneller als im